Und damit herzlich willkommen zurück, ich habe gerade noch den zweiten Part geüploadet und mir ist aufgefallen, dass ich bei Regen Probleme mit der Grafik habe, ingame nicht, nur im Video, das flackert dann, das kann ich leider nicht ändern, oder ich wüsste zumindest nicht wie, und ich habe gesehen, dass ich links und oben einen Rand habe, den ich auch eigentlich nicht habe, ich hoffe er ist jetzt weg, ich habe jetzt ein bisschen was von dem Bild abgeschnitten, allerdings müsste er dadurch halt diesen Scheiß wechseln, das ist ganz minimal, was ich abgeschnitten habe. So, gut, dann probieren wir es doch mal aus, äh, spielen wir mal weiter, äh, speichern, ja, ja, ich glaube jetzt geht es mich mit Sorry weiter, deshalb habe ich direkt wieder angemacht, und das, was hier knarzt, ist mein Stuhl. Ich nehme den Part übrigens direkt im Anschluss auf, ne, also, nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie, okay. Von Rachel, Beacon Hill, hey, ich höre gerade auf den Funk, dass die Straßen nach Beacon Hill jetzt frei sein sollen, da geht bestimmt bald die ersten Rennen ab, fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Gut, aber erstmal haben wir hier noch zwei Rennen, ich glaube es sind Drifts, richtig? Ja, ach du, warte mal, wir haben jetzt zwei Drift Rennen hier, da unten ist ein Sprint, rechts sind ein Street X und ein Rundkurs, mittig ist ein Rundkurs und oben ist ein Sprint und ein Drag. Okay, wir fahren einfach mal zum Tuning Shop, sag ich jetzt mal. Ne, ich will, ja, ah, okay, X ist, äh, X ist, äh, Scheiße aktivieren. Das Spiel ist bei mir auf dem Ohr und übrigens extrem laut. Schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Solltest du mal vorbeischauen. Bis später. Danke, weiß ich schon, Schlampe. Wichser. Aber ich will jetzt gerade erstmal zum Tuning Shop. Ich würde mich nicht gegen den richtigen Schumpf sagen. Oh mein, Kohle, umsonst. So. Der Tuning Shop von Beacon Hill West befindet sich neben Burger King. Ein blaues Licht. Und wir wollen mal zum Tuning Shop, weil ich mal gucken will, was wir, ich glaube wir haben nur nichts freigeschaltet. Wir müssen für ein paar Sachen auch so ein paar Leute hier verheizen. Dann schaltet sich man sich, manche ist erst frei, das heißt wir machen das mal ein Part lang. Ich würde sagen den nächsten Part. Dann nehme ich vielleicht sogar noch einen vierten auf. Äh, Megalow, ja. Mach mal. Das hier ist der Billig Shop quasi. Also nicht billig, sondern die guten Teile in günstig. Hey, du hast es gefunden. Jetzt weißt du, wo Megalow Parts liegt. Ein Riesensortiment haben die hier zwar nicht, aber für normale Tuning Teile reicht. Und es ist immer geöffnet, falls du mal vorbeischauen willst. Zieh dich ruhig um, ob du irgendwas brauchen kannst. Danke, Rechel. Hey, haufe deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. Kaltluft-Ansaug-System, Fächer-Krümmer, Sportnockenwellen und Wellenräder und Sportauspuff. Ja, können wir theoretisch alles jetzt mal reinwerfen. Das ist das Standardpaket, ne? 20% Rabatt gibt es auf das Standardpaket. Warte mal, das wären 1000, das wären 1500. Ja, das kostet 1200, das ist schon gut, ne? Profi-Paket kann man nicht kaufen. Serien. Ja, sollen wir einfach mal... Komm, Leistung ist Leistung, ne? Kaltluft-Ansaug-System. Die Sachen sagen mir eigentlich alle gar nichts. HKS nehmen wir mal. Fächer-Krümmer. Need for Speed Underground 2. So, speichere ich übrigens meine Sachen. HP Racing, würde ich sagen. Äh, Sportnockenwellen von Skunk scheinbar und Sportauspuff von HKS. Ich glaube, das ändert gar nichts. Gut. Äh, hier kann man nicht mehr machen. Doch, Mod-Astorat, warte mal, ECU. Die Steuerzeiten deines Motors mit modifizierten Steuergeräten und verpasse ihm so mehr PS. Uh, Baby. Uh. Da können wir richtig mehr Leistung holen. Hey, bau dir einen Sportgetriebe und eine Schaltwegverkürzung ein und du wirst die Motorpower besser auf die Straße bringen. Das bringt nicht so meiner Meinung nach. Mit einem Sportfahrer kannst du bessere Kontrolle über deinen Wagen und kannst Kurven enger nehmen. Domstrebe, er ist wie echt. Die bringen halt fast nichts. Na, wir könnten auch noch das Paket einbauen. Nitro ist die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Ach ja, Nitro weiß ich nicht, du. Brauchen wir eigentlich noch nicht, finde ich. Reifen können wir nicht, Bremsen können wir nicht, Leichtbau können wir nicht, Turbo können wir leider nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen noch ECU, weil das richtig Leistung bringt. Das bringt richtig viel Höchstgeschwindigkeit, richtig viel Beschleunigung. Äh, Apex, das sagt mir sogar was. Also nicht Apex Legend, ne. HKS und Apex, weiter. Schön, jetzt müsste die Kiste schon ein bisschen besser gehen. Was? Ja, ja. Falls wir mal kein Geld mehr haben, ich kann ja auch mal auf Screen ein bisschen spielen. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, weil wir das so lange nicht hatten. Äh, machen wir jetzt einen Drift. Weil es halt das Nächste ist, ne? Äh, ach so, warte, so, ja. Weil es halt das Nächste ist. Okay, die Schaltwegsverkürzung wird schon mal ganz schnell was bringen. Also der schaltet echt ultra langsam. RIP. Scheiße, es kennt nur in dem Spiel, es gibt serienmäßig, weil Zeit würde auch wieder passen. Bremsen sind echt scheiße bei der Kiste. So, 300 gibt's und, äh, easy haben wir ja alle drüber gesehen. Ich stelle demnächst die RIP uns mal nicht hin und zu, ja. KI. Diese Strecke hab ich geliebt, das weiß ich nicht. Ja. Wir haben jetzt schon viermal so viele Punkte wie alle anderen, ey. Man konnte in Need for Speed Underground 2 zum Glück noch sehr einfach driften. Oh, das war nicht gut. RIP 7000 Punkte. Wir haben dreimal so viele Punkte wie alle anderen. Wir haben mehr Punkte als alle zusammen, ja. Also von daher haben wir da nicht so die Gedanken drüber. Nein. Jetzt haben wir mal eine Leistung, um das hier alles so zu machen, wie ich das gerne würde. Ja, um mal ein bisschen die Scheiße zu halten. Wurde natürlich gewonnen, 22.000 Punkte. Ich weiß, ich drifte nicht perfekt, ja. Ich drifte so gut ich kann. So, schön, ne. Wähle einen Sponsor. Sehr schön. Wow, ich hab gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten hab ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. So, jetzt können wir nämlich verschiedene. Sponsoren nehmen. Bedingungen des Vertrages. Vertrag Ende mit dem Sieg in neun URL-Rennen. Drei Rennen nach Sponsorenwahl und 34 weitere Rennen nach eigene Wahl. Werbeverpflichtung. Wagen bauen, der auf vier DVD-Covern erscheint. Bonus kostenloser Wagen von Bayview Autohändler. Dafür kriegen wir 1275. Jeder URL-Sink bringt 1100. Und jedes Sponsorenpreisgeld sind 900. Das verstehe ich nicht. In den geforderten Rennen, glaube ich. Das sind ja nur... Vier? Drei? Drei. Genau. So. Hier haben wir drei URL-Rennen. Drei Rennen nach Wahlsundsos. Neun eigene. Weitere Anforderungen. Wagen bauen auf einem DVD-Cover. Und dafür kriegen wir auch einen Wagen. Ja. Das hier sind drei Rundkursrennen, die dieser Typ sich aussucht. Dafür kriegen wir pro Ding ins 900. Das hier sind drei Driftrennen. Dafür kriegen wir pro 875. Dafür kriegen wir... 50 mehr an Preisgeld. Was sich überhaupt nicht lohnt. Also Euro-Lite ist scheiße. Dann haben wir Edelbrock. Ne? Drei URL-Siege. Drei Rennen-Siege. Neun weitere Siege. Einen Wagen bauen auf einem DVD-Cover. Man kriegt ein kostenloses Ding ins. Das Drag-Rennen ist auch wieder 875. Ist wieder 50 mehr. Lohnt sich allerdings auch nicht. Wobei hier sind natürlich 34 Rennen nach eigener Wahl. Das ist schon sehr langer, ne? Ja, das sind alle. Ich würde sagen... Wir gehen zu dem hier. Weil das die meiste Kohle bringt. Drag-Rennen bin ich zwar nicht so gut. Oder machen wir das, weil es einfacher ist. Drag-Rennen bin ich halt wirklich nicht so gut. Das sind 50 Unterschiede. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, wir machen den Euro-Lite. Auch wenn es der schlechteste ist. Aber es ist ein kurzer. Ich will jetzt keinen langen machen. Aber da kann ich schlecht mitentscheiden lassen. Ich würde sagen, wir machen trotzdem jetzt erstmal den kurzen. Weil es halt noch kürzer ist, ne? Das hier sind halt 34 Rennen nach eigener Wahl, ne? Und 4 DVD-Cover. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den. Ja? Gut. Ihr könnt eh nicht mitentscheiden. So. Speichern. Ja. Ja. Weiter. So. Wir haben schon wieder 10 Minuten. Hey Junge, du hast noch einiges vor dir. Dein neuer Sponsorenvertrag verlangt, dass du an ein paar Events teilnimmst. Du erkennst sie auf der Minikarte an den X-Symbolen. Und jetzt fahr los und zeig allen, dass du es auch verdienst. Dein Tassen. Gut. Das heißt, es wird ein sehr Drift-lastiger Part, würde ich sagen. Weil hier sind noch zwei Rennen und das sind ja auch drei Drift-Rennen dann. So. Wir machen hier erstmal schönes Drift-Rennen. Ich lese die Nachrichten hervor. Schon leid. Also. Ich lese die ab dem nächsten Mal mal wieder vor. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr mir das gerne schreiben. In die Kommentare, wenn ich das nicht interessiert. So langsam liegt, glaube ich, an den Drift-Rennen. Ich glaube, für Drift ja tatsächlich sogar ein neues Fahrwerk ganz gut eigentlich. Das heißt, wir sollten vielleicht mal ein neues Fahrwerk einbauen. Damit wir wieder ein bisschen mehr Kontrolle haben. Achso, nee. Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich nicht driften kann in echt. Oder es zumindest noch nie gemacht habe. So. Voll Gas. So, schön. 57.000 Punkte. Wobei der andere jetzt mal langsam rankommt, ne. Aber nicht im Leben. Ihr könnt mir auch mal beantworten, ob ich Rennen wiederholen soll, wenn ich sie verkacke. Jetzt 2.200. Ähm, ich wollte eigentlich auf diese Taste und mal gucken, ob wir in den Gameplay-Optionen die Schwierigkeit mal höher stellen. Ist das mutig? Ich weiß. Wir haben noch kein schweres Rennen gefahren. Aber ich gehe den Weg. Wir fahren heute nur Drift-Rennen. Sag ich jetzt mal. Wir werden Drift-King. So. Das ist ein Witz, oder? Nee, im Leben kann dieser Trimmer auf den Driften. Du fährst ja nicht auf dem Acker-Spazieren. Hier geht's zum Wache. Zeig, was du drauf hast. Naja, halt den Schnauze, Bruder. Wir fahren übrigens durchgehend nur gegen Corolla. Ist mir aufgefallen. Schöne Autos. Ja, finde ich alle gut. Und wir sind aus der Reihe. Nein! Das war Klaus. Der Ruder hat uns leider ein bisschen angestoßen gehabt. Ich fahr übrigens fast gar nicht mit... Ah, das wird wieder nichts. Ah, doch. Oh, das war Klaus. Äh, ich fahr übrigens fast gar nicht mit, äh, Handbremse. Macht der Wagen alles schon selber hier. Gewonnen. 35.000 Punkte. Hier ist das die 14. Ja, gut. Das ist halt... Wir spielen jetzt schon schwer. So, zum Explore-Modus. Ja, speichern. Ja. So, jetzt machen wir nochmal kurz die drei... Uh, was ist das? Betreff Motorhauben. Hol dir jetzt eine schöne neue Abdeckung für deinen Motor. Fahr noch heute zum Karosserie-Shop in Baili. Überzeug dich selbst von den soeben eingetroffenen neuen Hauben. Okay, cool. Nee, wollen wir nicht. Ähm, ich würde sagen... Also wir tunen diese Kiste hundertprozentig bis zum Ultimo. Wir können jetzt ja noch ein kostenloses Auto abholen. Ich würde sagen, das machen wir ganz zum Ende dieses Parts. Gucken wir uns mal an, was da rumsteht. Und dann mache ich mal eine Umfrage rein. Jetzt hinkriege ich auch nie eine Umfrage im Video gemacht. Das gab es noch nicht, als ich das... Als ich mit YouTube quasi aufgehört habe. Oder gab es schon, aber sehr selten. So. Hauen wir mal ran. Du sorgst langsam für einen ziemlichen Wirbel auf der Straße. Wenn du weiterhin gewinnst, bist du schon bald eine echte Racing-Legende. Let's go. Schauen wir mal. Erstmal durch die Runden durchfahren. Schauen wir mal, was die hier so machen können. Wir legen natürlich viel früher los als die. Schöner grüner Mitsubishi. Äh, nicht Mitsubishi. Äh. Ich komme gerade tatsächlich nicht mehr auf den Namen. Corolla. Das ist Toyota, ne? Ja. Glaube ja. Algen. Äh. Uh, das war Klaus, Alter. Gut, dass wir den vorher abgebrochen haben, ne? Ah, sind wir mal ehrlich. Das würde niemand so akzeptieren, dass man so beschissen fährt, ne? Also es sind keine guten Drifts, es sind halt fürs Spiel gute Drifts. 51.000 Punkte, ey. Ja, ne? Weiter. So. Ich glaube, das Spiel geht tatsächlich gar nicht so lange. Weil man halt die Sachen relativ schnell durchspielen kann. Wir werden es sehen. Pro paar 20 Minuten kann man am Ende ja schon sehen, wie lange das Spiel so geht. Ne? Ich überlebe danach, das nächste Need for Speed zu machen. Äh. Die Sponsoren wollen Siege, äh, wollen Sieger, mit denen sie ihre Produkte verkaufen. Und die Kids wollen natürlich dieselben Teile, wie die Sieger haben. Willst du heute einen Sieger sein? Ne. Ich würde heute gerne verlieren, glaube ich. Oh. Mitsubishi. Eclipse. Glaube. Und ein Ford Focus S. Auf jeden Fall Ford Focus. Glauben. Wir haben tatsächlich eigentlich nicht so in der, äh, sparte Autos mit drin. Was, äh, Tuning aus der Zeit angeht. Äh, auch so ein Peugeot 106, damit kann ich nichts anfangen. Äh, Nissan 240 SX fand ich immer geil. 350Z finde ich natürlich cooler. Ähm, Supra MK4. Oh, jetzt leh ich mir weiter aus dem Fenster. Da gab's doch den MK4 schon. Ich guck, da gab's den MK4 schon. Bin wir mir sicher. Äh, finde ich tatsächlich nicht so gut wie die meisten. Ich weiß. Shame on me. Also, ein Corsa. Ups. Äh, ich bin dumm. Entschuldigung. Keine, äh, mir zu beschädigen. Ich bin dumm wie Scheiße. Ähm. Lehn ich mich wahrscheinlich weit mit aus dem Fenster, dass ich sage, äh, ne, finde ich nicht so geil. Aber fand ich einfach nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Bin ich kein Fan von gewesen. Weiß nicht. Ich finde den neuen echt gut. Ich weiß. Äh, viele nicht. Also, sagen wir mal, ich finde den alten okay. Aber ich finde sehr viel, wie er gebaut wird, echt hässlich. Ich mag's echt gerne übertrieben. Also, JDM komplett übertreiben finde ich tatsächlich nicht so gut. Leider. Also, jetzt, äh, GDR, na klar. Der muss richtig übertrieben sein, ne. Der braucht eine Frettentheke, wie sonst was da hinten drauf. Die muss keinen Sinn machen. Die muss nur groß aussehen. Äh. Aber sonst ist das nicht mein Geschmack an dem Auto, sagen wir so. Ich finde es gut, dass es in diesem Spiel keine Mercedes gibt. Gibt es Mercedes? Ich glaube, es gibt keine Mercedes gibt. Weil ich bin echt kein Mercedes-Fan. Hier gibt's, hier ist übrigens später einer der besten Tuning-Shops, glaube ich. Jetzt musst du zeigen, was du auf dem Kasten hast, Junge. Der Drift steht in deinem Sponsorvertrag. Ein Sieg ist alles, was zählt. Misch die Straße auf. Ne, wir driften in den Parkhaus. Da gibt's eine Straße. Oh, noch ein Peugeot. Genau so andere, wie wir ihn haben. Die haben wir halt schon ein bisschen aufgemotzt. Oh, nee. Da hat er mich einfach gedreht. Und ich bin nicht mehr Erster. Kurz mal 72.000 Punkte zusammengefallen. Kurz mal mehr Punkte, als der zweite insgesamt hat. Ich habe echt Glück, dass wir das Auto schon ein bisschen mit Leistung ausgestattet haben. Sonst würde diese ganze Scheiße hier gar nicht gehen. Weil zu wenig Vortrieb. Ich bin nicht meine Letzte, der ins Ziel kommt, Alter. So, 60.000 Punkte, gewonnenes Geld. Machen wir ein bisschen Kohle. Schön, ja, wundervoll. Sehr gut. Was, schon wäre das zu sehr durch? 5.000 Kohle, Alter. Äh. Uh, ja. Äh. Na, 5.000 Kohle. Und, ähm. Wir gucken jetzt nochmal kurz zum Auto-Shop. Ja. Zum Auto-Händler. Ich nehme, wie gesagt, noch ein Part auf. Ich verblase gleich mal ein paar, äh. Mal ein paar von den Gegnern auf der Karte. Ich glaube, die können aussterben. Also, es kann... Es gibt eine Maximalanzahl, wie viel man verblasen kann, glaube ich. Bin ich damit sicher. Dadurch schaltet man nämlich Teile frei und kriegt Geld. Wobei wir gerade echt viel Geld haben. Ähm. Im übernächsten Part, würde ich sagen, gucken wir dann, welches Auto wir holen. Also, entweder im übernächsten oder in dem darauf folgenden. Also, in drei bis vier Tagen. Nutze die Abstimmung. Äh. Ich mache dir auch direkt mal ein... Ja, nee. Anfang des Videos nicht. Aber da, wo ich das erste Mal sage, äh, können wir das ja so machen. Shop betreten. Ich hoffe, ich muss da nicht, äh, jetzt schon kaufen. Das wäre nämlich blöd. Sonst muss ich all der vier und das Spiel einfach normal spielen. Äh. Willkommen im Showroom. Aluminium und Stahl können nicht besser verarbeitet werden. Such dir einen stylischen, fahrbaren Untersatz aus. Die hatten wir bis jetzt? Achso, wir haben noch gar nicht... Hä? Wir haben nicht mehr? Okay, wir haben noch nicht mehr. Wahrscheinlich erst, wenn man das, äh, geschafft hat. Das abgeschlossen hat. Scherz dich mal. Gut, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie man so ein Deal kriegt, hier mit, äh, aufs Cover kommen. Willst du es zurücksetzen? Okay. Dann würde ich sagen, gibt es keine Abstimmung, weil wir noch kein neues Auto kaufen können. Dann mache ich aber vielleicht ein Info-E, dass wir noch kein neues Auto kaufen können. Gleich fackelt die Kiste ab. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, machen wir jetzt einen Part lang noch ein bisschen Karren verblasen. Dann gucken wir mal im nächsten Part, was wir machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.